Musik Weißt du, was ein Rema-Wort ist? Ein Rema-Wort bezeichnet eine Bibelstelle, die einem ganz persönlich lebendig wird. Das ist es, wenn man die Bibel liest und auf einmal kommt man an eine Bibelstelle oder eine Passage und es ist fast, wie wenn der Herr vom Himmel sprechen würde. Man merkt, das ist für mich, das ist die Wahrheit, darauf kann ich mein Leben bauen. Es ist etwas, was wirklich Fundament bilden kann. Und solche Rema-Worte brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen es, dass die Bibel zu uns spricht und dass wir wissen, das ist etwas, was für mich gilt. Diese Wahrheit ist etwas, wo ich mein Leben darauf stellen kann. Und ein Mensch, der ein solches Rema-Wort in einer ganz herausragenden Weise mal erlebt hat, war John G. Lake. John G. Lake war ein Heilungsevangelist, der erstaunlichste Dinge mit Gott erlebt hat. Er kam aus den USA und seine Familie war eingebettet in eine ganze Folge von Krankheiten, Schmerzen, Todesfällen, Beerdigungen, Elend, Sichtum. Das war wirklich unnatürlich. Er hat also als kleiner Junge hineingewachsen in eine Situation, wo Tod und solche langen Krankheitspassagen völlig normal waren in der Familie. Er hat also Beerdigungen fast jedes Jahr miterlebt. Und er wuchs auf in einer Umgebung, wo es hieß, ja, das muss man einfach aus der Hand des Herrn nehmen, das ist etwas, was Gott gibt, da lernt man Geduld durch und so weiter. Und das war für ihn etwas, was er einfach genommen hat und was er aber nicht wirklich vom Herzen verstanden hat. Warum lässt Gott das zu? Und als er dann geheiratet hatte, seine eigene Familie gegründet hatte, dann ging das nahtlos auf seine Familie weiter. Diese Krankheit und Sichtum und Schmerzen ging in seiner eigenen Familie weiter. Und es kam zu dem Zeitpunkt, wo seine Frau im Sterben lag. Nach Jahren von Leiden lag sie im Sterben und es kam wirklich zum Ende. Und geistliche Freunde und Leiter haben ihm gesagt, finde dich damit ab, es ist Gottes Wille, dass sie stirbt. Und er war so erschüttert darüber und so ergriffen, dass er eines Tages seine Bibel genommen hat und sie wirklich auf den Tisch geschmissen hat vor Gott. Und die Bibel öffnete sich in der Apostelgeschichte auf einem Vers und sein Blick fällt auf diesen Vers in Apostelgeschichte 10, Vers 38, jawohl. Und es ist, so schreibt er, wie wenn ihn ein Blitz getroffen hätte. Ihm wurde schlagartig klar, das, was man ihm hier erzählt, ist nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Und diese Bibelstelle sagt, Petrus predigt hier vor dem Haus des Cornelius und er sagt, Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Und jetzt kommt's, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und schlagartig wurde ihm klar, Jesus kam, um die Menschen aus der Gewalt des Teufels zu befreien. Und das hieß, dass er sie gesund gemacht hat. Und das beinhaltet natürlich psychische und physische Gesundheit. Das beinhaltet den ganzen Menschen. Jesus ist gekommen, damit Menschen gesund sind. Wenn ein Mensch nicht gesund ist, ist er in der Gewalt des Satans. Dieses Rema-Wort hat sein Leben verändert. Er fing an zu beten. Seine Frau wurde komplett geheilt. Die Nachrichten berichteten darüber, über dieses offensichtliche Eingreifen Gottes. Menschen kamen von nah und fern in sein Haus, um Heilung zu empfangen, dass er für sie betet. Und Gott gebrauchte ihn in einer mächtigen Weise. Später hat er die Healing Rooms gegründet, die es übrigens auch in Deutschland gibt. Wir haben die Internetadresse eingeblendet. Da kannst du dich darüber informieren. Eine ganz geniale Arbeit, die seit vielen, vielen Jahrzehnten segensreich ist. Und man berichtet darüber, dass in der kleinen Stadt, in der er lebte, Spokane, in der Bundesstaat Washington in den USA, über 100.000 dokumentierte Heilungen in nur fünf Jahren festgestellt worden sind. Warum? Weil dieser Mensch verstanden hat, Krankheit ist nicht etwas, was von Gott kommt. Es ist etwas, was vom Satan ist. Es ist eine Sache, wo der Satan Menschen überwältigt hat. Und Jesus ist gekommen, um uns davon freizumachen. Wenn du mit Krankheiten zu kämpfen hast, Jesus ist gekommen, damit du frei sein kannst. Wende dich an uns. Schick uns dein Gebet sein Liegen. Wir wollen mit dir stehen. Geh zu den Healing Rooms, die es in ganz Deutschland gibt. Lass dort für dich beten. Aber akzeptiere nicht, dass die Krankheit etwas ist, was Gott dir gibt. Das ist eine Lüge. Stell dich darauf, was das Wort Gottes sagt. Dass du frei sein kannst, weil Jesus dich frei gemacht hat. Dass du frei sein kannst von dem, wo der Teufel dich überwältigt hat. Glaub mir, wenn du in Krankheiten steckst, du kannst frei werden. Denn Gott hat mehr für dich. Das ist ein Kaffee. Und du kannst dir das bei mir hören, wenn du in Krankheiten steckst. Obst du frei sein kannst, wenn du beim Gebet sein kannst.